Herzlich willkommen zum Chavasana. Du legst dich auf deinen Rücken, die Beine etwas auseinander genommen, die Füße fallen locker zur Seite, die Arme seitlich in V-Form ausgebreitet, Armbeugen und Handflächen schauen zur Decke, die Handrücken am Boden abgelegt, die Schulterblätter ein wenig zur Wirbelsäule hin zusammengenommen und dann losgelassen, der Brustraum weit, das Kinn sanft zur Kehle zurückgenommen, die Schädelkrone in den Raum hinein ausgedehnt. Der Kopf liegt jetzt so, dass die Gesichtsfläche parallel zum Boden liegen kann. Und wenn du deine Haltung gefunden hast, dann entspann in diese Haltung hinein. Veränder die Haltung dann nicht mehr. Shavasana, die Totenstellung. Der Körper ganz losgelassen, ganz abgegeben. Der Geist hellwach wie im Traum. Der Körper entspannt und der Geist entspannt. Und dann lässt mit jeder Ausatmung weiter los. Entspann dich mit jeder Ausatmung mehr zum Boden hin. Jede Ausatmung ein neues Loslassen. Der Körper entspannt und der Geist entspannt. Und dann tauch ganz ein in das Gefühl, weit und weich zu werden, dich am Boden auszubreiten wie Wasser. Im ganzen Körper ein beständig fließendes Sinken zum Boden hin. Jede Zelle deines Körpers folgt der Schwerkraft. Durch Loslassen kann ein angenehmes Gefühl der Schwere im Körper entstehen. Die Beine schwer, schwere Beine. Das Becken weit, die Gelenke geöffnet. Die Bauchdecke sinkt. Die Organe können sinken. Der untere Rücken in seiner natürlichen Lordose ganz losgelassen. Die Schulterblätter fassen sich dem Boden an wie Schollen im Meer. Die Schulterkugeln gesunken. Der Brustraum weit, der Atemraum weit. Die Arme schwer, schwere Arme. Die Hände in ihrer natürlichen Krümmung ganz losgelassen. Der Kopf gibt sein Gewicht durch den Hinterkopf in den Boden ab. Du musst nichts tragen, nichts halten, nichts tun. Einfach nur loslassen. Und dann entspann deine Kopfhaut. Entspann deine Gesichtshaut. Entspann deine Augenbrauen. Und entspann deine Nasenflügel. Dann entspann auch deine Kiefermuskulatur. Die Lippen halten dabei weichen Kontakt. Entspann deine Kiefermuskulatur. Und dann roll die Zunge ein. Leg die Zungenspitze oben an den Gaumen. Und entspann den oberen, hinteren Rachenraum. Entspann der oberen, hinteren Rachenraum. Und dann entspann auch deine Augen. Lass die Augäpfel tief in die Augenhöhle sinken. Schwere Augäpfel, die tief in die Augenhöhle sinken. Den Blick richte dabei nach innen. Und dann geht der auf der Oberen laufen. Den Blick richte dabei. Und dann richte dabei nach innen. Und dann richte dabei nach innen. Da geht das nicht. Dann komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück. Roll dich auf deine rechte Seite, bleib noch einen Moment auf deiner rechten Seite liegen. Dann setz die Hände am Boden auf, stütz dich gut ab, komm so in die Aufrichtung zurück und noch einmal in einen bequemen Sitz für den Abschiedsgruß. Dann nimm die Hände in Namaskar, die Daumen auf das untere Brustbein gelegt, die Ellbogen gesunken, die Schultern entspannt, die Schulterblätter entspannen in den Rücken hinein. Losgelassene Schulterblätter. Mit der Einatmung, das Brustbein angehoben, die Präsenz in deiner Aufrichtung. Dann schließe noch einmal deine Augen. Namaste. Tee. Und schönen Dank. Tag. 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 Tag.